Hage-Buttenöl, das Zaubermittel gegen Falten, Narben und Pigmentflecken Hage-Buttenöl oder Wildrosenöl, im Englischen auch als Rosehip Oil bekannt, ist eines der besten natürlichen Heilmittel überhaupt. Es versorgt unsere Haut mit Feuchtigkeit, sorgt für einen jugendlichen Glow und hilft bei der Minderung von Falten, Narben und Pigmentflecken. Stars wie Supermodel Miranda Care schwören darauf und versorgen ihre Haut regelmäßig mit dem feinen Öl aus den Kernen der Hage-Butte. Hage-Buttenöl, das Zaubermittel in Sachen Hautpflege, ist ein wahrer Beauty-Booster für Eure Haut. Es ist reich an Vitaminen, Mineralstoffen, ungesättigten Fettsäuren und Antioxidantien und schenkt Eurer Haut Feuchtigkeit, neue Stärke, Elastizität und eine jugendliche Frische. Die Hage-Butte ist eine Sammelfrucht, die viele kleine Nüsse enthält. Ihren Ursprung hat sie vermutlich im warmen Mittelmeerraum und gedeiht heute von Europa über Amerika bis nach Asien. In der griechischen Mythologie heißt es, dass Aphrodite ihre Schönheit der Hage-Butte verdanke. Das orange-rote Hage-Buttenöl wird aus den Samen der Hage-Butten gewonnen. Hage-Butten stammen vom Strauch der wilden Heckenrose ab und aus diesem Grund wird Hage-Buttenöl oft auch als Wildrosenöl oder Rosehip-Oil bezeichnet. Hage-Buttenöl versorgt Eure Haut optimal mit Feuchtigkeit und gehört zu den sogenannten trockenen Ölen, was heißt, es zieht schnell in die Haut ein und hinterlässt keinen öligen Film. Trotzdem versorgt es dank Vitamin E und Omega-3, 6 und 9 Fettsäuren die Haut optimal mit Feuchtigkeit. Hage-Buttenöl ist voller Vitamine, Antioxidantien und essentieller Fettsäuren, die die Haut nähren und jugendlich erstrahlen lassen. Antioxidantien schützen Eure Zellen vor freien Radikalen, welche Euer Gewebe altern lassen. Das enthaltene Vitamin C fördert das Wachstum des Gewebes und die Produktion von Kollagen und hält somit Pigmentflecken und kleine Narben auf. Erste Falten werden gemildert, Unebenheiten klingen ab und Euer Teint erscheint insgesamt ebenmäßiger. Gegen Falten und Hautalterung verteilt Ihr 3 bis 4 Tropfen in Eurer Hand und massiert es vorsichtig auf den gewünschten Hautpartien ein. Wichtig ist, Eure Haut vorher etwas anzufeuchten. So nimmt die Haut das Öl besser auf. Auch könnt Ihr ein paar Tropfen Hage-Buttenöl mit Eurer normalen Gesichts- oder Pflegecreme mixen und so deren Wirkung verstärken. Zur Behandlung von Narben tupft Ihr zweimal täglich etwas Öl auf die Narbe und lasst es einziehen. Mit der Zeit wird die Narbe flacher und weniger sichtbar. Selbst alte Narben können damit noch gemildert werden und auch bei Pigmentflecken hilft diese Behandlung. Hage-Buttenöl ist ein reines Naturprodukt und hat nur eine kurze Haltbarkeit. Nach dem Öffnen solltet Ihr es innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen sowie kühl und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren. So bleiben seine Wirkstoffe am besten erhalten. Beim Kauf von Hage-Buttenöl solltet Ihr darauf achten, dass es sich um ein kaltgepresstes und raffiniertes Produkt handelt oder um ein hochwertiges, reines Hage-Buttenöl in Bio-Qualität, um Rückstände von Pestiziden auszuschließen. Unser Tipp, kauft reines Bio-Hage-Buttenöl ohne Zusätze und achtet darauf, dass am besten nur 100% kaltgepresstes Hage-Buttenöl, Rosa-Canina-Flute-Oil, als Zutat aufgeführt wird. So, das war's für heute mit Hage-Buttenöl, dem Zaubermittel gegen Falten, Narben und Pigmentflecken. Vielen Dank für Euer Interesse. Hat Euch unser Video gefallen? Dann abonniert doch einfach unseren Kanal, klickt im Anschluss auf die Glocke und Ihr erhaltet immer die neuesten Videos von tropisch gesund. Also, bleibt jetzt alle tropisch gesund, bis zum nächsten Video, wir freuen uns auf Euch!